So, also Plastik. Wo hast du die Plastik? So. Ah, ouch. Da haue ich mir mal eine Pistazie in die Fresse. Nein, falsche Richtung. Der Computer, das muss sein. Da ist das Vieh. Tschüss. Trottel. Da ist das Vieh. Und es soll ja richtig Drohnen und so ein Zeug in dem Update geben. Also das wird jetzt auf jeden Fall alles richtig geil. Und die Lampen, das ist der Wahnsinn, dass es jetzt Lampen gibt. Irgendwann habe ich mir mal so gedacht, boah, jetzt noch Lampen. Und dass man auch die Farbe der Beleuchtung verändern kann und die Helligkeit. Das ist ziemlich geil. Ja so. Äh, genau hier vor die... Aber sonst bin ich ja immer hiergegen geballert. So, wo... Ah, lass mich rein. Oh, schade, dass sich bei dem Update hieran nichts geändert hat. Äh, ja. 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 Lalalala. 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 Also da fehlt Kunststoff. Naja, immerhin zwei. Die nehme ich... Die nehme ich mir direkt. Die nehme ich etwas anderes. Die nehme ich habe. Alles klar. Okay, gib mir das. Ich laufe in die völlig falsche Richtung. Da ist meine Bude. Kapierst du das? So, ich glaube, ich hole mir jetzt mal diese Straßenlampe. Ich bin zwar davon überzeugt, dass ich damit jetzt noch nicht viel anfangen kann, weil ich erst diese Beleuchtungssteuerung brauche. So, ich glaube, ich habe meine Coupons aus dem... Ja gut, ich habe sie gerade in irgendeine Kiste geknallt. Ja, das kriege ich da noch hin. Aber ich glaube wirklich, dass die ganze Scheiße dann... Nur läuft, wenn ich die Steuerung, die Schaltung habe, vermutlich. So, hier sind zwei. Und mein Visier ist anscheinend ganz schön schmutzig. Na egal, ich probiere es jetzt trotzdem. Also, Bauplan gekauft. So, kann ich die jetzt hier irgendwo bauen? Ist das bei Special? Ne. Hier? Ne. Bei Strom? Ne. Bei Logistik? Ne. Vielleicht Organisation? Ja. Eine kleine Straßenbahn. Perfekt. Okay, ich brauche dafür Quarz-Kies, oder wie das heißt. Das habe ich ja zum Glück. Bauen wir doch mal eine Testlampe. Testlampe. Und zwar... Wie rum? Okay, die zeigt nach da. Ich stelle mir die mal hier hin. Weil dunkel. Nein, so gefällt es mir nicht. Oh, falsch. So gefällt es mir nicht. Ich möchte die gerne... drehen. So. Und... Warte mal, was ist denn da angeschlossen an das Ding? Der Mast. Da ist auch noch was frei. Okay. Ein Beton wird... Leute! Oh. Movie-Aufnahme ist schon wieder vorbei. Klick. Ich will jetzt noch eben diese... blöde Lampe bauen. So. Also. Nochmal. Also. Hup. Hup. Zack. Und da habe ich... Alter. Ähm. Ah. Disco, Disco, Disco. Uh, uh. Kann ich das vielleicht auch ein bisschen... Nachtmodus an... Nachtmodus aus. Was bedeutet denn Nachtmodus? Ah, okay. Äh. machen wir mal so und vielleicht ein angenehmes licht wie weiß einstellungen kopieren einstellungen einfärben farbe ja richtig geil so und damit haben wir heute eine ganze menge geschafft und wenn ihr wissen wollt wie das weitergeht dann schaltet ihr in der nächsten folge ein und die kommt morgen schüss